jo leute was geht willkommen zu minecraft dungeon das erste mal da ich minecraft dungeon spiele zusammen mit dem chat scoppel ist schon am start steven kommt mit dazu und xerox steven ist auch da warten wir noch auf xerox dann geht es direkt los wir haben nichts gemacht nur das intro diesen tinten fisch küste und wir gehen jetzt direkt los in den creeperwald wenn euch das ganze gefällt gerne like auf dem video lassen und den kanal abonnieren und freundennachrichten schicken mit l2 okay es war alle dane wo sei sie das ist ein bisschen leise ist übel laut dann können wir jetzt hierhin ne creeperwald machen wir erstmal standard 1 okay anfrage annehmen ja ihr müsst jetzt die anfrage annehmen glaube ich oder ja perfekt ab in den creeperwald ich bin echt gespannt also das tutorial was ich gespielt habe hat mir übel laune gemacht das war echt cool ich bin jetzt gespannt wie es ist zu vier drum zu laufen bestimmt cool warten bis alle da sind scoppel ist da steven ist da alle sind da nee xerox auch da perfekt wer stirbt muss ein sub giften ne wieso bekommt ihr die krise wieso hat scoppel schon so eine krasse waffe der cheater ich bin richtiger bogenschütze ich bin legolas legolu ich kenne den weg nicht mehr leute also aber kann karte machen mit mit irgendwas kommt man karte machen genau steuerkreuz unten könnte karte machen dann seht ihr wo wir lang müssen als da irgendjemand ist voll am vorlaufen wäre natürlich wenn ihr mich mal vorlassen könntet wäre vielleicht ganz geil für das video falls wir irgendwas sehen und so ein bisschen zusammen rumlaufen wer rennt denn da so durch wäre es grün das koppel ist ja durch rennen wie ein irre und man hat hier immer so irgendwie ich weiß nicht so ob man immer eine mission hat die man machen muss gehen wir hier rein reisen oder abfahrt rein hier creepers könnt ihr explodieren oh gott die können explodieren das macht ihr ich habe keinen bock nee 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 lass mal mach das hier schwert ui alles meins schwert abfahrt bin ich stärker oh guck mal hier geht es noch weiter es ist halt der komplette diablo klo nur minecraft universum alter was händler haben wir jetzt gerettet okay natürlich wieder raus ladezeiten sind auch cool freund ist gefallen subgift von wer ist gestorben wer ist lila hatte ich konnte das da irgendwo sehen hier lila oh xerox das tut weh hat der creeper dich gekillt level up verzauberungspunkt verdient hat das schon jemand kapiert mit der verzauberung da habe ich noch gar nicht durchgeblickt macht das sinn das direkt zu benutzen oder warte bin da erst auf eine krasse waffe wieso kann da so geile attacken der skoppel will ich auch einfach die kruhe abgeschlachten so zu viert rumlaufen ist schon cool suche die karawane aha ich bin jetzt so an angriff auf viereck gewöhnt von gestern von code vain wenn ihr das video sehen wollt leute checkt mal oben das video auf weil ich verlinkt habe ich will die ganze zeit angriff auf viereck machen aber hier ist angriff auf x schwert 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 scharf killen was macht denn er drei a teleportieren reiner cool ist schon auch cool gemacht muss man schon sagen ist auch gerade irgendwie season 3 war hier ein schatz koppeln koppeln ich hänge fest oh mein gott hier ist die kiste steht eigentlich emerald ist da 145 aber man kann den bogen auch gedrückt halten dann macht man aufgeladenen schuss befreien die dorfbewohner man hat er echt unendlich bogen ich schau wieder ein level ab das geil zu viert macht übel bock wie wir hier durchrasieren wir können auf jeden fall gleich höhere schwereigkeitsstufe machen ey wir sind ja ah ok also die sind so am durch rennen man kommt gar nicht hinterher ich freue mich schon wie die bosse aussehen da weiß ich noch gar nichts drüber weil im einklopter universum so richtig bosse gibt es gar nicht so viele ne so viele verschiedene ich bin gleich schon wieder level ab oder ist das nicht meine leiste da unten oh ja gut gesehen trank oh unsichtbarkeitstrank und rein da oh sieg ich glaube ich stehe im wald ey das war die mission hat übel bock gemacht kein boss aber vielleicht kommt gleich ein boss geöffnete truhen ey wir haben nicht alle truhen gefunden abgeschossene pfeile 116 was gibt es jetzt hier leckerer knochen äh das war ein zonk oder sollen wir direkt ins nächste oder oh dorfhändler schreibt mir alle in chat wenn ihr ready seid ok ich würde sagen wir warten bis alle ready sind und dann äh gehen wir ins nächste gegenstand kaufen ok rette gefangenen dorfbewohner ok easy beschwört ein wolf der den kampf hilft kann ich den kann ich das platzieren irgendwo ja auch ein wolf der ist nice ok ok wenn ihr ready seid würde ich sagen gehen wir oder creeperwald haben wir jetzt ne aber da ist noch so ne truhe dran egal geheim mission für einen geheimen ort im creeperwald haben wir das ne haben wir nicht nasser sumpf würde ich sagen als nächstes oder guck mal stufe 2 können wir machen und stufe 3 teamkraft deine kraft gehen wir auf stufe 2 ne seid ihr ready steven ist ready xerox ready scoppel bist du ready kannst du immer machen wenn die rüstung wieder zerlegt kriegst du die punkte wieder ok sehr gut das mach ich dann später vielleicht nach der runde hier scoppel ready dann gehen wir rein in den nassen sumpf weil ich drück einfach schon mal dann hat er nochmal 3 sekunden bin auch bereit sehr gut nasser sumpf standard 2 belohnung gibt es eine angel und ganz viel fragezeichen eben war ja echt easy zu viert jetzt eine stufe höher bin ich gespannt ob es ob es schwieriger wird kurz warten bis alle da sind alle sind da die hexe mit poison alter der hat schon mehr leben ne der hält schon gut was aus ich habe auch den hund geholt oh oh tnt also es gibt hier auch mal geheimwege und so leute deswegen halte ich immer schön die augen offen ja nicht nur komplett durch rennen genau hier zum beispiel links ein weg auch und rechts ey diese kleinen äh kinder zombies ist witzig alter wer macht denn da schon so hard damage ey ich habe fast keine pfeile mehr sehe grad ich muss jetzt gleich mal ein bisschen in nahkampf gehen haha bin erster level up phare wats 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 quackt ihr an wie viel feile ich im gesicht habe wats wats Ich muss kurz warten, bis ich lebe. Das war knappig, Leute. Ich bin ganz knapp gestorben. Scheiße. Puh. Ach, da ist mir kurz warm geworden. Wo ist man echt lang? Dolche. Hey, Schatzkoppeln. Schatzkoppeln. Eine Kleve. Das ist nicht besser. Oh, oh, oh. Guck mal hier. Killt ihn. Killt ihn. Enderman. Alter, macht der Schaden. Ich kann mich nicht heilen. Oh, ich bin fast tot. Gut gekillt. Ich könnte echt mal ein bisschen mehr Leben gebrauchen. Finde den Kessel. Alter, wie seid ihr denn schon da oben? Alter, was? Was, was, was? Ja, so lass mich alleine. Oh man, es hat nochmal Schaden abgezogen. Was, Koppel geht ab. Bam. Fast keine Pfeile mehr. Ich kann mal Pfeile. Oh. Oh, da seh ich mich. Hallo. Hallo Manni. Da benutzt jemand diese Kleve. Boah, dringend Pfeile. So viel verballert. Oh, Level ab. Also nach der Runde muss ich auf jeden Fall mal die ganze Verzauberung machen. Ich hoffe, ihr kommt jetzt mal ein Boss gleich. Ah, Kitty. Oh, cool. Level 6. Ich weiß gar nicht, was das Maximum Level ist. Das war dumm. Einfach alle da reingesprungen. Ich dachte erst, er hätte sich teleportiert oder so. Aber ne, er ist gestorben. In dem Sumpf stirbt man, Leute. Aufpassen. Die sind gut. Okay. Okay. Starkes Skelett. Ey, hier ist noch ein Weg rein. Wart ihr hier drin? Die machen wieder nur die Hälfte. Komm zu mir. Du kannst dich zu deinem Freund teleportieren. Das dauert aber lang. Ah, cool, dass das geht. Ich bin weiter zurück. Oh, geil. Geheimer Weg. Geil. Haha, das verpassen jetzt alle. Selber Schuld. Oh, Bosskampf. Teleportiert euch, wenn ihr könnt, Leute. Teleportiert euch, wenn ihr könnt. Alter, hauen die rein. Oh mein Gott. Teleportiert euch, wenn ihr könnt. Heilung, 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 Heilung. Was? Die Nacht pükt dir Schaden zu? Das kann ich gar nicht gebrauchen, dass die Nacht mir Schaden zufügt. What? What? Ey, ich sterbe. Was ist das? Was macht das weg? Ich bin tot. Aber wieso? Alle sind gefallen. Hey, wo sind denn alle? Wo sind denn die anderen beiden? Wo sind denn die anderen beiden? Kann ich nicht auf schnell jetzt hier Verzauberung? Eichow, Frost? Level 7 War einfach gelevelt Was soll ich da mit den ganzen Leveln machen? Wo müssen wir denn jetzt hin? Die Nacht ist angebrochen Kreaturen spawnen Mission freigeschaltet Matschige Höhle Ja lass mal weg hier Nein Ich spawn mich Ich spawn mich zu Eis Spawn What the fuck What the fuck Skopel muss uns alle retten Okay wir merken Alle sind gefallen Wenn in Standard 2 Leute nicht alleine rumrennen Nicht alleine rumlaufen Skopel komm wir beenden die Mission Verdorbener Kessel What the fuck Freund ist gefallen What the fuck Das ist ja viel zu stark Gott Geh weg Alter Ey Wieso eigentlich schon wieder Nacht auf? Gib mir Leben Gib mir Leben Was ist mit dieser Scheißnacht? Ich verstehe das mit der Nacht nicht Müssen wir irgendwo pennen? Muss man irgendwo pennen? Was geht mit denen ab? Wir haben es fast geschafft Haltet durch Wir haben es geschafft Kreaturen spawnen Wir sterben jetzt alle Aufheben Lass mich doch aufheben Ich kann mich Ich kann mich nicht heilen Können wir jetzt hier raus? Alter Schwede War das schwer Alter Schwede War das schwer Sieg Junge war das schwer Man hat es mit dem letzten Live geschafft Klar Lucilo Viel lang für den Follow Alter War das hart Das muss aber jetzt kommen Das muss was richtig krasses geben 150 getroffene Pfeile Wenn ich einfach Knöpfe drücken muss Jaja Man muss schon gut spielen Ernter Der Ernter saugt die Seelen der Toten Ab und lässt sie in einem Spielzeug Zauber aus Energie wieder frei Oh Oh was das Glutrobe Alle 30 Schosse Nach einem Rippenpreffer Erhöht die Anzahl der maximal tragbaren Seelen Was sind denn Was sind denn Seelen? Hallo Ach man kann das leveln Was ist das? Ich kann das hier leveln Kann ich das hier Den würde ich jetzt gerne zerstören Den brauche ich nicht mehr verwerten 15 und den Dann nehme ich die Glebe Und level den hier nochmal Zu teuer Deine wahrscheinliche Verbündung Wird ein Kreisfängerbereich erzeugt Indem du und alle Verbündeten Gehilt werden Geil Strahlender Schuss Muss ich den jetzt hier noch Irgendwie auswählen Verzauber 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 Scheiße Was habe ich gemacht? Ups Ich habe was eingesetzt Aus Versehen Oh Aber die ist schlechter Als das was ich habe Meine macht 6 Aber Was ist jetzt Was habe ich jetzt hier auf Kreis? Wird eingesetzt Dann wird der Ernte Seelen in einer Explosion Ich habe es nicht so ganz verstanden Was ich jetzt habe Geschenkepacker Schinkskoppelmann So was Ja Scheiße Das hat was gekostet? Seid ihr ready? Woher der Mantel? Den haben wir gerade Nach der Mission bekommen Den konnte man einsammeln Ich weiß nicht Ob nur ich Oder ihr auch Ich habe den auf jeden Fall Eingesammelt Verbrennt Gegner in der Nähe 15% Bewegungsgeschwindigkeitsaura Und plus 19% Gesundheit Ich habe nur einen schwachen bekommen Oh Wer für eine stronge Waffe Zerox ist ready? Matschige Höhle haben wir freigeschaltet Da würde ich hingehen Aber Stufe 1 ist gesperrt Empfohlene Kraft 3 Teamkraft 6 Deine Kraft 3 Ich würde das nehmen Das schaffen wir Oder? Matschige Höhle Nur das Buch bekommen Normaler Schwierigkeitsgrad Steven? Bin ich stark genug Steven, bist du ready? Moin Sebi Moin Sebi übrigens Moin 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 Sebi Wie geht es dir? Nicht gesehen Eine Minute Okay wir warten noch kurz auf Steven Derzeit kann ich hier Was kann man denn hier noch so machen? Lager Truhe Kann ich ab? Öh Ist der vielleicht besser als das was ich habe? Ne Kraft weniger Abenteuergebiet weniger Ist hier noch irgendwas? Abenteuer Zentrale 10 Gold Abenteuer Pass Weiß jemand was der Abenteuer Pass kostet? Aber nur Skins und so ne? Ready? Abfahrt Dann gehen wir in die Höhle Aber wie schwer war bitte? Wir müssen auf jeden Fall zusammen rumlaufen Vor allen Dingen am Ende der Map Das war allein ja nicht machbar Ihr dürft nicht zu krass rumla... Äh Vorrennen Leute Ab und zu auch mal warten Ey ich weiß nicht was wir diesen Seelen auf sich hat Aber ich sammle unten links jetzt die ganze Zeit Seelen Was heißt das? Ich habe keine Ahnung Da was ist das mit diesen Seelen? Kann ich das mit dem Buch jetzt immer freisetzen oder was? Ach ich kann das denn... Hä? Verstehe ich es nicht Check es nicht Da unten geht es nochmal Lassen wir erstmal unten links Leute Verlorene Ruinen Verlorene Ruinen Unten links war falsch Dann gehen wir unten rechts Wenn es das unten rechts gibt Unten rechts falsch Oben rechts Das sieht gut aus Oh oh Ich hoffe ihr seid alle da Zum Kämpfen Das war's Das muss Xerox machen Ach jeder muss einnehmen Oder wie? Das ist ein Rätsel Weil sowas ist immer besser Wenn es einer macht Anstatt alle Mach mal alle Schalter an So was ist immer besser Wenn es einer macht Damit man checkt was passiert Ganz links vielleicht dann Denk mal alle müssen oben sein Da ist jetzt nur noch einer ganz oben Kommt mal Try and Error Aha Aha der macht immer ein weiter nach links Guck mal Der macht immer ein weiter nach links Was macht der? Der macht immer die hoch Okay perfekt Was macht der? Der macht alle drei hoch Und der rechts? Der macht wieder nach da hin Okay Verstanden Hä wieso darf's gehen? Aha Geil Ich hab's am Ende nicht Gerebbe geraubt Biebti Moin moin Hier lang Oh Gegner Voll in die Fresse Ich hab ne Robe Ich hab ne Robe Beschwörungsrobe Falls die gleich nach der Mission Die man braucht Level up Ich hab ne TNT am Start Oh Gott Er muss jetzt erstmal gucken Was die Schalter Okay das ging schnell Das war wahrscheinlich eher mehr Glück Gut ausgobbel Oh 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 Geil Dolche bekommen Kehre zum Boot zurück Okay Geil Das war ne Supermission War mehr Rätsel ne Cool dass es auch so Rätsel hier gibt Da gibt's schon noch richtig krasses Zeug Was da kommt War auch ne Robe für jemanden Ja Brauch jemand ne normale Robe Nest Ich hab ne normale Robe Falls jemand braucht Wenn das Geschirrchen jetzt auf dem Boden platziert wird Es scheinen Bienen die an deiner Seite kämpfen 24 Beführende Schaden 23 Sekunden Abklenkzeit Das ist bestimmt gut für die Bosse Hab ne seltene Robe Okay Brauch jemand ne Robe Hat jeder ne Sonst würdest du ablegen einfach Ich wär auch direkt ready fürs nächste Mich nervt dass wir im Creeperwald nicht die Abkürzung haben Aber dann würde ich jetzt Redstone Oh Redstone Bergwerk Wenn ihr ready sagt Sei Bescheid Ich hab einen krassen Bogen bekommen beim Kaufen Ich nicht Hab nix Was heißt ein krasser Bogen Ich hab halt mehrere Projektile auf einmal Ich hab drei Projektile auf einmal Das ist ganz geil Und der heilt mich auch noch Strahlender Schuss Seid ihr ready? Da steht Er trifft mehrere Ziele Okay Skoppler hat keine Robe Oh Ich schick Skoppler die Robe Oder 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 Syrox Nicht beide auf einmal Ich hab Steven gegeben Okay Skoppler will die nicht Skoppler hat ne Rüstung Okay Was mit Steven Der hat auch keine Rüstung Oder Steven Ich starte einfach Könnt ihr dann Annehmen Redstone Bergwerk Wait Oh Das ist gut So ein Heal Heal Totem Oh Auch gut Heilung hätte ich auch gerne Weil der Trank Die Abklingzeit ist ja übel lang Ich brauche oben nicht wieder Pfeile Einfach ein Spawner Witzig Meine Dolche sind ja witzig Au 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 Pass doch auf Oh Gott Oh Gott Magier Wer kommt da heilen Ey Wieso ist schon wieder Nacht Nacht Oh Oh Mein Gott Was war das für Schaden Wieder Auch Nö Wieso ist schon wieder Nacht Ich verstehe das mit der Nacht nicht Das Minecut hat mich einfach runtergeschmissen Läge deine Freunde wieder um die Nacht zu Also das mit der Nacht verstehe ich nicht Oh Hammer Als Dann Man Die Das war's. Ach, dieses fucking Mindcard. Jedes Mal überfährt mich das. Was jetzt? Oh, guck mal, hier liegt noch was. Dolche. Nochmal stärkere Dolche. Ich finde, es wird auch ab einem gewissen Punkt irgendwie undurchsichtig, oder? Levelaufstieg. Die Bienen sind übel, nice. Alter, der Creeper zieht da übel viel ab. Oh, das war gut. Siroc kann echt gut heilen. Die Bienen sind echt gut. Ey, Schweinchen, Schweinchen, Schweinchen. Ich glaube, hier im Wasser hält man sich. Oh Gott, nein. Befrei die Dorfbewohner. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, geh weg. Ja, mit Heilung muss ich mir gleich noch was ausdenken. Ich glaube, Nacht ist immer, wenn einer tot ist und man den nicht schnell genug heilt. Weil eben, als ein paar tot waren und es Nacht war, stand da, ähm, belebe deine, dein Freund, ey, belebe deinen Freund wieder, um die Nacht zu beenden. Kann das sein? So, lass mich jetzt nicht schnell laufen. Oh, und Gegner, Bossgegner. Oh mein Gott, oh mein Gott, das ist mein Kart, das zieht immer so viel ab. Mein Gott, der kann rechts zaubern und so. Höhlenkriecher. Höhlenkriecher, was ist das denn? Einzigartig. Ich will nicht sterben. Höhlenkriecher, was ist das denn? Solche. Rauf, lustiger Pfadpender. Oh, 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 oh mein Gott, ein Redstone-Gohlen. Oh mein Gott, ich bleib hinten. Ihr macht das schon. Ich mach Bienen. Alter, ich weiß nicht, wer, aber irgendjemand ballert übel Schaden raus. Höhlenkriecher. Alter. Explosionsschaden. Guck mal, da kam mehrere. Mehrere Sachen. Die Illager bauen eine abscheuliche Schmiede unter dem Berg. Eine abscheuliche Schmiede. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir macht es übel Bock. Kiste. Und kriegst nach jeder Mission eine Kiste und so, ist voll belohnend. Verseuchtes Leuchtfeuer. So oft gesaved in dem Heel. Ja gut, Xerox, bleib bei mir. Verseuchtes Leuchtfeuer. Das verseuchte Leuchtfeuer ist Quell unglaublicher Kraft und wartet nur darauf, seinen Zorn zu entpesseln. Hm. Besser als die Bienen? 2,5 Sekunden Abklingzeit. Aktiv Schaden plus ein Sehensammel benötigt Seelen. Nämlich einfach anstatt das Buch, oder? 116 Schaden. 119. Ja. Verwerten. So, hier. Das zum Beispiel könnte ich auch verwerten. Den ganzen Müll. So, jetzt werde ich hier mal gucken. Auch Rollenabklingzeit. Bewegungs... Da sehe ich mich. Hohohoho. Guckt euch an, wie schnell ich jetzt bin. Bin ich schneller? 90 Prozent. Müsste ich hier übel schnell sein? Hals über Kopf. Gewöhnlich. Ach, das kann ich auch noch machen. Okay. Ich finde es nice. Ähm, beim Shop gucken. Weizen. Beschwörungsschaden. Ein Schwert. Ich habe 2.000. Auffüllen. Ne. Auffüllen. Erneut. Das aktuelle Gegenteil. Die sind ganz komplett. Ich mache mal. Aha. Das geht also auch. Spitzhacke. Alter. Alter, sie stark. Auffüllen. 100. Ich mache noch einmal. Zähllotrüstung. Schnelles Rollen. Schadensverordnung. 38 Gesundheit. Oh. 11 bis 22 Fernkampfschaden. 1 oder wie? Munition. Weil dir nie ein Ziel verfehlt. Gewöhnlich. Für 100 werde ich den mal ausprobieren. Der ist stärker, ne? Der ist halt viel schneller. Hä? Wieso? 8. Ich, also. Ich blick's. 10 mal 3 Fernkampfschaden. Oder 3 mal 10. Und hier ist 11 bis 22. Ich glaub. Ich glaub, ich bleib bei dem hier. Aber den lege ich mal ab vielleicht. Ist ja noch. Useful. Nein, nee. Der hat nur Locksignung von mir. Auch mit den Seelen. Also wenn ich töte, desto mehr hier mache ich. Perfekt. Ich würd sagen, wir gehen weiter, ne? Was? Kartenschluch. Standard 4. Standard 4? Bist du irre? Wieso Standard 4? Das ist übel schwer. Sollen wir das machen? Sicher? Okay. Ich sag, das ist zu schwer. Standard 4. Wir haben die ganze Zeit nur 1 und 2 gemacht, ne? Ne, das ist unser Level. Okay. Ich sag, das ist zu schwer. Ich sag, wir sterben. Ich sag, äh. Angeblich bin ich 90% stärker. Äh, schneller. Aber irgendwie seh ich das nicht so. Au. What the fuck? Steam hat es auch. Ich häng fest. Ich häng fest. Wieso häng ich fest? Aber ich hier immer wiederbleben bin. Ich, äh. Mach erst mal Bienen. Alter, wegstrahlen. Da seh ich mich doch. Felsbündel? Was? Was? Ich brauche mal eine andere Waffe. Die Dolche, die haben gar keine Reichweite. Au. Ähm. Okay. 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 Alter, diese Creeper sind ganz schön gefährlich. Ach, nö. Oh, oh. Brauche ich doch. Vielleicht bin ich fast tot. Armbrust. Schnellere Geschosse. Wien ich schon Level ab? Nee. Vorräte. Oh, Level. Oh mein Gott. Was machen die denn da oben? Die haben ja richtig Bock. Wie wir alle diese scheiß Dolche haben, ey. Oh Gott, ey. Wie manchmal der Schaden da durchkommt. Die Nacht, die Nacht. Wer ist gestorben? Irgendwer ist gestorben. Beleben, beleben, beleben. Ihr dürft bloß... Sehr gut. Also es ist wirklich so, wenn einer tot ist, dann kommt die Nacht. Also bloß nicht jemand sterben lassen. Oh. Huh. Oh. Hey, meine Pfeile heilen. Oh mein Gott. Nein, ich wollte noch ausweichen. Oh Mann, ihr klaut mir mal alles. Oh nein, ich bin runtergefallen. Geht's da lang, nenne. Die Nacht, wer ist gestorben? Jemand ist tot, jemand ist tot. Heilen, heilen, heilen. Sehr gut. Sind wir fertig? Also angeblich habe ich 90% mehr Bewegungsgeschwindigkeit. Davon sehe ich nichts. Ich dachte, ich renne hier jetzt lang wie ein Irrer. Bestimmt, muss ich das noch irgendwo aktivieren. Alter, was? Bestimmt, muss ich das noch irgendwo aktivieren. Ich weiß nicht, wo. Was habe ich da bekommen? Höhlenforscherrüstung. Oh mein Gott. Alter, ich kriege so einen Scheiß-Creeper nichtmals tot, bevor der platzt. Ich bin tot. Oh mein Gott. Heilen, heilen, heilen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Du beschützt dich, heil. Finde ich ganz gut, das Feature so. Dann ist man immer gezwungen, die Leute zu beleben. Und man rennt eben nicht einfach vor. Das ist gut. Der Grind ist real übel. Das macht übel Spaß, Rui. Wir sind richtig am Suchten. Mann. Oh mein Gott. Weil Creeper müsste echt ausweichen, ey. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ey, ich komme da nicht hin. Ich bin auch tot. Ihr müsst beleben, Leute. Ihr müsst killen und beleben. Oh mein Gott, wer ist da? Nur einer ist da. Schnell beleben. 15 Sekunden noch. Alle sind gefallen. Creeper, pass auf. Creeper explodiert. Man müsste aufpassen. Level up. Woher rennt er schon wieder? Oh, oh. Boss hier. Boss hier. Aufpassen, Leute. Bossgegner. Oh mein Gott. Creeper. 1000 Creeper. Also strahlender Schuss aktiviert sich automatisch irgendwie. Meine Bienen helfen. Was ist das? Ey, ich wollte das auch haben. Freund ist gefallen. Die Nacht, die Nacht, Leute. Die Nacht. Die Nacht. Die Nacht, die Nacht, die Nacht. Oh, da ist ein golder Schlüssel, holt euch all den goldenen Schlüssel. Wofür ist jetzt der goldene Schlüssel, weiß das jemand? Ich glaube, wenn ich getroffen werde, kriege ich 90 Prozent, äh. Wieso geht das nicht? Wir haben doch den goldenen Schlüssel geholt. Verarschen? Ich habe meinen Schlüssel aktiviert auch. Also ich habe theoretisch auch den goldenen Schlüssel. Das ist so belohnend, dieser Schuss. Ich bin. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Ja, ich bin nur schneller, wenn ich weniger Leben habe oder so Oder Leben verloren habe Einer ist tot, einer ist tot, retten, retten Ich weiß aber nicht, wo der ist Der ist wieder vorgerannt Ich bin selbst fast tot Also Stufe 4 ist schon ganz schön schwer, Leute Oh mein Gott, oh mein Gott, tausend Jeeper Nein, nein, nein Ich liege am Boden Und noch jemand Oh mein Gott, diese scheiß Creeper Die einfach vor einem Spawn Sind wir fast tot Kann nichts machen Tür geöffnet Warte, wie lange noch? Wer hat Schwierigkeiten 4 gemacht? Das war ein Fehler Oh, das war's Junge war da schwer Auf welche Schätze und Entdeckungen Wirst du wohl darin stoßen? War doch easy Ja, voll Wehe, da kommt jetzt nicht was heftiges raus Verseuchtes Leuchtfeuer Nach Erhöht nach Erlitten im Schaden Die Währungsbeschwindigkeit Eine Sekunde lang Hätte ich das gewusst Hätte ich das nicht geskillt Aber jetzt fügen wir Schaden zu Deine Artefakte Erstmal hier Gesundheit Ich will was anderes als diese scheiß Doppeldolche Oh, 11 Oh Für weites Rollen Den kaufe ich Neun Hammer, 15 Übel, übel langsam Nimm ich Auffüllen Kräftige Schüsse Oh Welkwurzelrüstung Heilt alle Verbündeten in der Nähe Heilt Heiltränke Heilt alle Verbündeten in der Nähe Das kaufe ich Ach guck mal Die Artefakte kann man auch nochmal Ne, kann man nicht aufhärten Ich dachte schon Vielleicht später irgendwann So, was haben wir denn hier Der Einsatz eines Heiltränksvotors Eine Explosion Am Standort eines Begleitsers Deine Kreatur Dann irgendein Schaden zuverfügt Fügst du ihm einfach Selbst Schaden zu Wenn du durch ihn Schaden erleidest Ach, das ist cool Zurückgeworfener Schaden Verursachen Mehr Schaden gegen Untote Deine Waffe Durchsinn mehr Schaden zuverfügt Okay Das ist nicht so krass Okay Ich wäre Tatsächlich Ready für den Nächsten Was machen wir denn jetzt Wüsten Tempel Und lassen wir Kürbis machen Alter Wir können schon Standard 6 machen Jetzt Mal Standard 3 Ich tue es ja Die Kübra hält Ah, das ist gut Nehmt mal an, Leute Weiter noch nicht Ready Also Wir haben jetzt Über eine Stunde Gezockt Also mir macht es Übertrieben Fun Euch auch Ich weiß Zum Beispiel Von Steven Dass der Dieses Topdown Gar nicht mag Aber das ist So ein kleiner Vorgeschmack Schon mal auf Diablo 4 Steven Wer nimmt denn da Nicht an Hallo Wer ist denn da Kacken Annehmen Sich annehmen Irgendjemand nimmt Nicht an Annehmen Irgendjemand nimmt Nicht an Wer nimmt Nicht an Leute Ich bin Level 13 Ich bin Level 12 Aber fast auf 13 Ich bin Level 12 Ganz knapp vor Level 13 Nehmt mal an Fast Level 14 Schon krass Du tötest auch Viel mehr Leute Weil du immer Voll vorne drauf gehst Ich stehe immer Eher was weiter hinten Und ich glaube Ich bin noch schon Öfter gestorben Als du Wer nimmt da Nicht an Leute Feuerschmiede Wüstentempel Ich will den Kürbiswald Kommt schon Annehmen Krass Der Mitschlöcke Wer nimmt Wer nimmt da Nicht an Wieso macht ihr das Ah geht doch Wer hat da Gepennt Die Raubzüge Der Illager Haben dieses Einzuchbare Land So Oh Ich will es aus Und Hammer Was Wasser Levelaufstieg Ey der scheiß Creeper 1 Hattet mich Was Trotzdem habe ich die Coolste Wobe Oh ich weiß nicht ob ich es probieren soll, irgendwie habe ich Bock das zu probieren Bienen, Bienen Time also meine Waffe ist, ich habe irgendwie kein Glück mit den Waffen also bist du auf meinen Bogen, den ich cool finde, die Waffe ist doof auch hier dachte ich wäre gut, aber die ist gar nicht gut der Bogen ist halt krass und der Strahl, aber ich dachte eher nicht so eine Weile auf jeden Fall ein Brot, man ich habe ein Brot gebraucht Leute, sammeln die richtig ein oh Boss auch passen bling 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 Tür geöffnet richtig Kampf, wer was bekommt gefällt mir meint ihr es gibt auch später so einen Bogen, der keine Pfeile braucht mit Unendlichkeit das wäre ganz cool, ne Unendlichkeit auf dem Bogen Schuppenrüstung Schuppenrüstung bekommen Moin Klutexu, wie geht es dir mein Pester gonna den die 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 Ich habe ihn nicht einfach nur mit dem Stumpf. noch eine rüstung und schweine fäll habe ich aber glaube ich nicht bekommen ihr säcke oh mein gott diese scheiß creeper die kommen einfach aus dem nix einer sind das viele kippen aber gebe doch fleisch hallo säbe mein bester wie geht es oh man apfel oh gott ich bin weg richtig rein strahlen hier Level up ich bin level 14 oh was hier Glocke läuten läuten die Alarmglocke jetzt oh oh ich bin level 14 ich bin level 14 ich habe drei bienen hier ich habe mich auseinander genommen jetzt habe ich nichts bekommen von dem asi sieg dicke suppe geil ist das minecraft auf mich bestellt nein das minecraft dungeons seid ihr voll ja wir sind heute voll kommen auf den discord glutexo ich werde bestimmt demnächst noch mal zocken die woche fing anstrengend an und hielt dann ihr niveau ich dachte mir wurde dann noch schlimmer windtorn fünf geschobene blöcke wenn das winter durch die wälder der oberwelt töten zittert die kreatur danach vor furcht die wecken verlangen sie kurzzeitig nicht so cool ich habe dreimal hier so eine schuppenrüstung braucht ihr jemand scheiß horn ich packe es mal in die kiste und irgendwie finde ich das geiler als das hier angelrute lecker knochen immer kratzen blut ich krieg gar nichts ey du bist ja auch schon voll krass so dorfhändler trifft mehrere ziele diebesrüstung hier das ist doch was für dich skoppel plus 25 prozent nahkampf angriffsschaden angriffsgeschwindigkeit so trickbogen 133 fernkampf schaden dessen fall nie ein ziel verfehlt alles klar steven ist raus glutexo willst du rein mit deiner mit einer wahrscheinlich kontakt wird eine rufung kreatur zusammengezogen und kreatur zeit festgesetzt nicht so geil wenn ich 3 6 12 wenn ich level 18 bin habe ich ja immer alles auf level habe ich alles hier auf max level was kann ich damit da ich habe noch ein verzauberungspunkt kann ich damit nur nur das hier oben level sonst nix irgendwie dünn ok wo krieg ich das dann flammenkirch ja ist hier nicht fein gefüllt oh anstatt beam oder warte 13 fernkampf schaden pro sekunde 3 sekunden abklingzeit ok ist absolut nicht fein gefüllt oh oh ja das nehme ich danke ich finde schade dass man hier keine pfeile kaufen kann ich hätte ja ich müsste pfeile kaufen guck mal hier ist die kiste wohl beanspruchen ich könnte pfeile gebrochen gibt es hier nicht noch irgendwo einen markt oder so was ist das hier reisen meine eine die 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 Turm? Nein, 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 nicht Turm. Wir machen gleich weiter. Wir warten auch eben. Entweder warten wir auf Steam oder auf Glutexo kommt mit rein, falls er noch da ist. Ich weiß noch nicht, wie lang Steven raus ist. Ich würde auf jeden Fall mal die Folge hier beenden, Leute. Hat mega Bock gemacht. Wir werden da bestimmt demnächst nochmal reingucken. Wir zocken jetzt eh weiter. Ich mache einfach nochmal eine Aufnahme. Lasst einen Follow auf den Kanal da, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.